keine lust mehr auf die großen youtuber aber wir gucken uns in ruhe an ja sehr aufregend auf jeden fall voll die krasse map die map ist super die ist großartig ja ihr seht also in wahrheit hat die ja mr beast tiger gerade mit schwester joy halt ein bisschen geflirtet und schwester joy hat sich gedacht ach ein weiteres pokémon dass ich heilen kann ich habe eine scheiß schneemaske was wollt ihr von mir alter what the fuck digga wie sieht das denn aus alle leute ist das eine frau mit der schneemaske digga digga wie creepy ist das denn so und da sind wir auch schon im game liebe freunde community und zusammenhalt hallo 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 schön dass ihr da seid ja ein bisschen delay er ist auch nicht mehr so weit das springst du oh 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 scheiße nein oh god ja ich kann nicht nein let's go oh je ist das nicht bist du ein osterei du bist ja süß du arschloch lustige momente und spaß was sagt er will ich bin immer stolz auf dich kenny und jetzt hose runter aber das nein du hast mich nach vorne gekriegt ein kackfuchs ein kackfuchs dafür gibt es karma tschüss digga lasst ihr ihr dummen hühnchen ich bin ein hase lasst mich in ruhe Ich bin kein Fleischfresser. Also, naja, geht so, aber... Pressen Hasen wieder? Einfach nochmal jetzt zum Blitz getroffen. Heute ist echt nicht mein Glückstag, nicht diesbezüglich. Das ist ein Blitz! Also, Luca, du performst gerade wunderbar. Wo bin ich hin? Ah, da hinten! Ja! Oh mein Gott! Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott, yes!